wir freuen uns euch wieder zu sehen zum ersten von vielen videos in 2022 denn dieses jahr wird für uns ganz besonders spannend wir werden in neuburg einen zweiten standort eröffnen da haben wir auf über 400 quadratmetern ganz tolle ideen gesammelt am neufeld gegenüber der beiwahr wird dieser neubau dann im oktober fertiggestellt auf dem weg dorthin werdet ihr uns mit vielen videos begleiten aber jetzt widmen wir uns dem eigentlichen inhalt des heutigen videos und zwar geht es um ein hausangebot zum kauf das für neuburger wie in goldstädter gleichermaßen interessant sein dürfte denn wir befinden uns genau zwischendrin in brock super angebunden an die b16 sehr nahe dem wittelsbacher golfclub und das besondere an diesem tollen einfamilienhaus mit vollausstattung ist dass es sich im drinnen wie draußen in einem perfekten zustand befindet also da müsst ihr wirklich gar nichts mehr machen außer schlüssel umdrehen und einziehen und für all diejenigen die noch den traum haben diesen sommer mit der family im eigenen haus mit garten und pool zu verbringen ist das wirklich eine ganz besonders tolle gelegenheit denn verfügbar wäre das haus schon ab juni da stellen wir euch jetzt heute im video ein bisschen genauer vor außerdem dürft ihr exon und mir bei einer objektaufnahme über die schulter schauen und jetzt kommt einfach mal mit und dann schauen wir was euch erwartet und für alle die sich wundern warum jetzt so ein schönes haus verkauft wird die frage habe ich mir auch gestellt ist aber einfach beantwortet für die eigentümer hat sich jetzt überraschend die möglichkeit ergeben ihren lang gehegten traum vom auswander nach australien doch in die tat umzusetzen und deswegen muss natürlich die reisekasse aufgebessert werden junge neuwertige mobilen sind eine echte seltenheit auf dem immobilienmarkt und bieten gegenüber dem neubau echte vorteile eines davon ist zum beispiel planungssicherheit die immobilie steht sie ist fertig man kann sich einen eindruck von den räumlichkeiten und dimensionen verschaffen und ist unabhängig von baustoff materialien oder verfügbarkeiten das zweite ist qualitätssicherheit gerade in den ersten jahren sieht man wie gearbeitet worden ist bei dieser immobilie sitzt wirklich jede fuge und das dritte ist eine fertige konzeption also hier sind wirklich unzählige perfektionistische ideen in die immobilie bereits eingeflossen hier sind alle wege optimiert und verkürzt und alles ist da wo es sein soll man kann quasi einfach nur einziehen und sich wohlfühlen erst die arbeit dann das vergnügen so weit sind wir jetzt fotos video und 3d scan ist für heute erledigt wir haben noch eine halbe stunde zeit jetzt probieren wir für euch noch mal das pool feeling und wie das ist steht der nächste woche im exposé bis dann bis dann